Mein Name ist Andrea Kern, ich bin Professorin für Philosophie an der Universität Leipzig seit 2009 und ich habe hier den Lehrstuhl für die Geschichte der Philosophie. Als ich 2009 nach Leipzig kam, war das meine erste Begegnung mit Leipzig, denn ich habe hier nicht studiert, sondern in verschiedenen anderen Städten, in Berlin, Paris und ursprünglich komme ich aus dem Süden Deutschlands und ich war sehr begeistert und sehr froh, die Stelle hier in Leipzig antreten zu dürfen und die Begeisterung hat sich nicht nur gehalten, sondern eigentlich von Tag zu Tag ist sie größer geworden. Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe als Jugendliche mit 14, 15, 16 durchaus begonnen, wahllos, also uninformiert, philosophische Literatur zu lesen. Bei mir war das eine Mischung aus Sartre, kritische Theorie, Adorno habe ich mit 16, 17 viel gelesen und das war alles Literatur, die natürlich von mir völlig unverdaut aufgenommen dann wurde, aber mich fasziniert hat. Und der Wunsch, Philosophie zu studieren, ist also in diesen Jahren, glaube ich, schon gewachsen, weil mich diese Texte gefesselt haben, insbesondere die Tatsache, dass sie so schwer verständlich waren auch für mich, aber zugleich eine Faszination auf mich ausgeübt haben. Und der Wunsch, Philosophie zu studieren, stößt natürlich oder vielleicht auch nicht natürlich, aber häufig nicht auf die ganz große Begeisterung der Eltern. Und so war das auch bei mir. Meine Eltern haben nicht freudig in die Hände geklatscht und gedacht, na toll, dieses Studium haben wir uns schon immer gewünscht für unsere Tochter. Sondern natürlich ist das mit Sorgen bei den Eltern verbunden, aber die im Wesentlichen damit zu tun haben, dass natürlich das Berufsbild einer studierten Philosophin nicht ganz klar ist. Die Philosophie befähigt zu vielem, aber auch zugleich nicht zu etwas Bestimmtem. Es ist in diesem Sinn keine klar strukturierte Berufsausbildung. Und das hat meine Eltern natürlich ein bisschen Sorgen bereitet. Und ich musste also in diesem, es wäre übertrieben zu sagen, ich musste meinen Studienwunsch gegen meine Eltern durchsetzen, aber ich musste ihn in gewisser Weise durchsetzen. Und natürlich mit gutem Ergebnis ist es so, dass meine Eltern heute ganz groß sind. Aber ich muss sagen, die Frage, wie ich zu dem Studium der Philosophie gekommen bin, es geht nicht auf irgendein Schlüsselerlebnis zurück, sondern auf die Auseinandersetzung in der Jugend mit diesen Texten. Und vor allen Dingen mit der Ratlosigkeit auch, mit der sie mich zurückgelassen haben, dass ich gespürt habe, da gibt es etwas zu verstehen, an das ich ohne weiteres so nicht herankomme. Und dass auch ein Versprechen auf eine Tiefe des Verstehens diese Texte für mich beinhaltet haben, die ich sozusagen im Umgang mit anderer Literatur, egal, fachwissenschaftliche, naturwissenschaftliche Literatur, so nicht gespürt habe. Und ich glaube, diese Neugierde und diese Unruhe in der Auseinandersetzung mit diesen Texten hat mich letztlich dazu gebracht. Ich muss das wissen, ich will das verstehen können, ich will das begreifen können. Womit ich mich im Allgemeinen beschäftige, ist zugleich auch das, womit ich mich jetzt beschäftige. Es sind eigentlich immer ähnliche Themen, die unter dem ganz großen Stichwort des Menschen zusammengefasst werden können. Also die Frage, was ist der Mensch, ist eigentlich die vielleicht durchgehende Frage, die mein Philosophieren zusammenhält, das zugleich ganz verschiedene Themen hat. Also ich habe, mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, war über die Schönheit. Also was heißt es, über Dinge als schön zu empfinden? Was heißt es, Urteile über Kunstwerke zu fällen, etwas als schön wert zu schätzen? Das war das Zentrum meiner Dissertation. Dann im späteren Buch habe ich über die Frage geschrieben, was heißt es, nicht etwas schön zu finden, sondern etwas zu erkennen. Also der Begriff der theoretischen Erkenntnis war da leitend. Und jetzt in den letzten Jahren zunehmend verdichtet sich das insgesamt. Und der Frage, was heißt es eigentlich überhaupt, über den Mensch als ein Wesen nachzudenken, das in unterschiedlicher Weise in einer Beziehung zu Gegenständen steht. Und zwar so, dass er dabei ein Verstehen seiner selbst und dieser Gegenstände hat. Also was heißt es, über den Menschen als ein Wesen nachzudenken, das sich selbst versteht? Was sind diejenigen Begriffe, die wir in diesem Verständnis des Menschen als einem solchen Wesen notwendig benötigen? Was sind die Begriffe, in denen wir uns notwendigerweise selbst auslegen müssen, um diesen einen Punkt zu verstehen, nämlich, dass der Mensch ein sich selbst verstehendes Wesen ist. Und Sie sehen, also der Begriff des Verstehens, wie ich ihn jetzt hier verwende, ist nicht unterschieden vom Begriff des Erkennens, sondern sozusagen eine Weise, den Begriff der Erkenntnis so zu formulieren, dass er verschiedene Formen des Wissens beinhaltet. Also der Mensch als das sich selbst erkennende, sich selbst verstehende Wesen. Was heißt es, ein solches Wesen zu sein? Und deswegen rückt in jüngerer Zeit, also meinen jüngeren Arbeiten, immer mehr der Begriff des Erwerbs derjenigen Fähigkeiten und Begriffe ins Zentrum, die für ein solches menschliches, nämlich sich selbst verstehendes Leben notwendig sind. Also der Begriff der Bildung steht in diesem jüngeren Arbeiten im Zentrum, der dabei als ein Begriff verstanden wird, der nicht nur sozusagen eine von vielen Weisen beschreibt, wie der Mensch plötzlich dazu kommt, irgendwelche Dinge zu kommen, sondern der dasjenige beschreibt, was es heißt, zu einem menschlichen Leben zu kommen, was es heißt sozusagen, ein menschliches Dasein zu führen. Ja, das FAGI ist eine Institution, die ich 2012 zusammen mit meinem Kollegen James Conant gegründet habe. Es ist das Forschungskolleg Analytic German Idealism und hat sich zum Ziel gesetzt, die Tradition des deutschen Idealismus und damit meinen wir die Autoren von Kant bis Hegel in diesem Spannungsfeld auf eine Weise in die gegenwärtige Diskussion einzubeziehen und sie zu erforschen, sodass sie uns als eine Quelle einer zeitgenössischen Form des Denkens zur Verfügung stehen. Und das heißt Analytic German Idealism, weil wir in der bisherigen Tradition der Philosophie es zwischen zwei Traditionen sozusagen eine Opposition sich etabliert hat oder auch so ausgetragen wurde, nämlich einmal zwischen der Tradition des deutschen Idealismus, den klassischen Autoren der deutschen Philosophie einerseits und der sogenannten analytischen Philosophie, die ihren Wurzeln Anfängen des 20. Jahrhunderts hat und die insbesondere dann in der Anglophonen-Philosophie dominant wurde und die sich selbst erst mal im Wesentlichen in Opposition zu den klassischen Autoren insofern verstanden hat, als sie gesagt hat, diese Autoren bringen uns in der Weise nicht weiter, weil sie einfach nicht klar und nicht scharf und nicht analytisch genug ist und demgegenüber sozusagen eine Form des Philosophierens gesetzt, die sich selbst erst mal vordergründig als Begriffsanalyse versteht. Und wir meinen, dass das eigentlich zwei ganz falsche Gegensätze sind, die wir mit unserer Arbeit in diesem Forschungskolleg und mit den Gästen, die wir dazu einladen, überwinden wollen. Also Begriffsanalyse und Auseinandersetzung mit einer Tradition des Denkens, in deren Zentrum solche Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie stehen. Und das charakterisiert natürlich die Autoren von Kant bis Hegel, dass das kein Gegensatz ist, sondern vielmehr diese Autoren selbst, analytische Autoren in diesem Sinn sind, weil sie sich selbst als in einer Weise eine, also die Autoren des klassischen deutschen Idealismus, weil sie in einer Weise radikal begrifflich vorgehen, wie es in der zeitgenössischen Philosophie kaum mehr sichtbar ist, radikal begrifflich in einem Sinn, dass sie tatsächlich eine Form des voraussetzungslosen Denkens durchführen. Und voraussetzungslos heißt, ein Denken über uns selbst durchzuführen, das nicht von irgendeiner nicht ihrerseits durchgeführten Voraussetzung lebt. Also von etwas, wo wir dann zu denken starten mit der Idee, also nehmen wir mal an, wir wären Folgendes, nehmen wir mal an, wir wären Menschen und so weiter. Also wo wir anfangen zu denken auf dem Boden einer Voraussetzung, wo wir also etwas verstehen dadurch, dass wir etwas anderes immer schon glauben verstanden zu haben. Das ist ja eine natürliche Weise in der Welt zu sein, dass wir leben auf dem Boden eines geteilten, vorausgesetzten Wissens. Und die Philosophie des deutschen Idealismus ist darin radikal, dass sie diese, nicht, dass sie sagt, es ist falsch, auf der Voraussetzung von Wissen zu denken, sondern dass sie eine Form des Denkens durchführt, die den Anspruch hat, jede Voraussetzung, die in das Denken eingeht, ihrerseits einzulösen, zu erklären. Und darin sind sie also in beeindruckender Weise radikal. Und in unseren Augen deswegen ist es ganz falsch, sie in Opposition zu einer analytischen Form des Denkens zu setzen, sondern sie sind eine radikale Weise der Durchführung dieses Denkens. Und wir glauben, dass wir mit unserem Forschungskollegen dazu beitragen wollen, dass diese Auffassung und diese produktive Weise, diese beiden Traditionen in Verbindung zu setzen, verstärkt wird und weitergeteilt wird. Was ist die Begriffe, die dadurch, gerade in jüngerer Zeit, wieder an Schärfe und Interesse gewonnen haben, dadurch, dass eine zeitgenössische Diskussion konfrontiert wurde mit den klassischen Autoren. Ich denke unter anderem an den Grundbegriff der Erkenntnistheorie, den Begriff der Erkenntnis selbst. Der wurde lange Zeit in der analytischen Philosophie analysiert. Der Ausgangspunkt der Analyse war die Idee, ein Wissen zu analysieren durch die Idee von sogenannten notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Dann wurde gefragt, also was ist Wissen? Na ja, Wissen ist, wenn jemand was glaubt, aber nicht nur, wenn er irgendeine Meinung hat, sondern wenn die Meinung eben wahr ist. Aber wahre Meinung ist auch noch nicht eine hinreichende Bedingung für Wissen. Denn die Meinung muss auch irgendwie begründet sein. Und so hatte man also eine Trias von notwendigen Bedingungen für Wissen formuliert. Und sofort wurde dann auch über 50 Jahre in der letzten dann festgestellt, also eine Diskussion hat sich entzündet, über 50 Jahre hinweg hat man festgestellt, dass das eben nur notwendige Bedingungen sind, da es Fälle gibt, in denen alle drei Bedingungen erfüllt sind, ohne dass die fragliche Person Wissen hat. Und das war eine leer gelaufene, wirklich in sich tot gerannte Diskussion, weil sich die Kolleginnen und Kollegen dann, also sagen, so Aufgabe gemacht haben, eben immer bessere Bedingungen zu formulieren, in der Hoffnung, damit zu einem Verständnis des Wissensbegriffs zu kommen. Und die Auseinandersetzung mit dem deutschen Idealismus, ein erster Blick auf diese Texte sagt erst mal, hört mal, ihr könnt über Wissen gar nicht sprechen, wenn ihr nicht euch Wissen als eine Aktivität verständlich macht, die in der Ausübung einer Fähigkeit besteht. Das heißt, dieser Begriff war in dieser ganzen Diskussion, die sich nur drehte um notwendige und hinreichende Bedingungen, völlig verloren gegangen. Die Idee von Wissen als Ausübung einer Fähigkeit. Und da sehen wir, dass also, und dann wurde natürlich, also wurde darin eine neue Diskussion angestoßen, was es denn heißt jetzt also, diese Fähigkeit zu verstehen. Aber das war sozusagen eine, dieser Begriff war eine Selbstverständlichkeit bei den klassischen Autoren. Und es war ein Verlust, der eine ganze über Jahrzehnte sich erstreckende Diskussion gelähmt hat, in gewisser Weise, dass dieser blinde Fleck überhaupt noch nicht als ein solcher wahrgenommen wurde, der umgekehrt den Autorinnen und Autoren, die sich mit der Tradition des deutschen Idealismus beschäftigt haben, dort als eine Selbstverständlichkeit wiederum Eingang gefunden hat und mit dem in einer Selbstverständlichkeit gearbeitet wurde, was dann als diese, als das erkannt wurde sozusagen, als unglaublich fruchtbar erwiesen hat. Also für die Studienanfängerinnen denke ich, dass sie sich überlegen müssen, ob sie eine, ich finde, eine wichtige Voraussetzung für das Studium mitbringen. Das ist natürlich neben dem Interesse für die philosophischen Texte, wie ich finde, eine Fähigkeit zur Begriffsstutzigkeit, möchte ich es mal nennen. Das ist in meinen Augen eine der wichtigsten Tugenden in der Philosophie, begriffsstutzig zu sein. Also das heißt, das, was ich vorhin meinte, mit dem, was wir so an Verständnissen immer schon glauben zu haben, nicht zufrieden zu sein. Also zu sagen, hallo, du sprichst hier von Gerechtigkeit, was meinst du denn damit genau? Und also über diejenigen Begriffe, die wie selbstverständlich zu unserer zweiten Natur gehören, über die zu stolpern und denen nachzugehen. Nicht nur natürlich, was meinst du damit, sondern kannst du das damit meinen, was du glaubst damit zu meinen, wenn du diesen Begriff so und so verwendest. Also diese Art von hartnäckiger Begriffsstutzigkeit und eine Art von Unwohlsein mit einem nur halben Verstehen, das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Tugenden. Und ich glaube, das zeichnet, glaube ich, denjenigen oder diejenigen aus, die sich dann gut in dieses Studium einfinden. Ja, also als Philosoph und Philosophin haben Sie natürlich ein unendliches Feld an Möglichkeiten und unter anderem natürlich auch die Möglichkeit, in der Wissenschaft selbst zu bleiben. Ich freue mich immer über jede talentierte Philosophin und Philosophen, die den Entschluss fasst, auch eine Promotion zu schreiben. Denn die Promotion ist ja tatsächlich dann das erste eigenständige Werk, wo man dann wirklich den Anspruch an sich stellt, einen eigenständigen Beitrag zur philosophischen Forschung zu leisten. Das ist schon eine Herausforderung an einen selbst, aber auch eben eine große Aufgabe. Und darüber freue ich mich immer, wenn sich unter den Studierenden dann einige finden, die diese Aufgabe dann vor sich nehmen. Und ich hoffe dann, dass diejenigen, die nicht in der Wissenschaft weitermachen wollen oder jedenfalls nicht noch diesen weiteren Schritt gehen wollen, dass sie wirklich eine große Arbeit schreiben, freue ich mich immer, wenn sie dann, also dass sie selbst das philosophische Denken mitnehmen, in was auch immer sie tun, also das philosophische Denken, das eben dadurch ausgezeichnet ist, dass es unzufrieden ist mit etwas, was nur halb verstanden ist. Und diese, deswegen denke ich auch immer, ist die Philosophie ganz zu Unrecht, wird sie ja manchmal charakterisiert, als das sind diejenigen, die sozusagen über alles und jenes Bescheid wissen, aber über nichts Bestimmtes. Ich glaube, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Die Philosophinnen und Philosophinnen sind gerade gar keine Bescheidwisser in dem Sinn, sondern sie haben eine ganz, ganz genuine Fähigkeit, ein Verstehen zu durchdringen, das eben in ganz verschiedenen Bereichen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Aber Sie sehen, es ist tatsächlich eben gar nicht von den Inhalten auch dann in diesem Sinn abhängig. Deswegen werden ja Philosophinnen auch gern als Unternehmensberaterinnen auf der einen Seite genommen, als Journalistinnen oder im Kulturbereich. Also das Spektrum ist ja unendlich, genau wegen dieser ganz besonderen Fähigkeit, die auf der anderen Seite zugleich auch, was ich am Anfang sagte, zugleich eben die Kultivierung jener Begriffsstutzigkeit, die zugleich am Anfang des Studierens steht. vorhin muss ich also ausstehen, das ist froh nicht der哈 перепriukan, weil ich zwinge den Okay. wo ich nicht angeteilt, ich wäre dabei bin, ob es ein bescheid. Und ich bin immer policy steadierbar,